Arthur Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung Zweiter Band Die Ergänzungen zum zweiten Buch des ersten Bandes Eingelesen und mit Synopsen versehen von Volker Braumann Jede Woche hier auf YouTube ein Kapitel Oder schon jetzt komplett als Download erhältlich Der Link dazu findet sich bei näheren Informationen Kapitel 19 Vom Primat des Willens im Selbstbewusstsein Teil 1 von 3 Der Wille als das Ding an sich macht das innere, wahre und unzerstörbare Wesen des Menschen aus An sich selbst ist er jedoch bewusstlos Denn das Bewusstsein ist bedingt durch den Intellekt Und dieser ist ein bloßes Akzidenz unseres Wesens Denn es ist eine Funktion des Gehirns Welches, nebst den ihm anhängenden Nerven und Rückenmark Eine bloße Frucht Ein Produkt Ja, insofern ein Parasit des übrigen Organismus ist Als es nicht direkt eingreift in dessen inneres Getriebe Sondern dem Zweck der Selbsterhaltung bloß dadurch dient Dass es die Verhältnisse desselben zur Außenwelt reguliert Der Organismus selbst hingegen ist die Sichtbarkeit Objektität des individuellen Willens Das Bild desselben, wie es sich darstellt in eben jenem Gehirn Welches wir, im ersten Buch, als die Bedingung der objektiven Welt überhaupt kennengelernt haben Daher eben auch vermittelt durch dessen Erkenntnisformen Raum, Zeit und Kausalität Folglich sich darstellend als ein ausgedehntes Sukzessiv agierendes Und materielles Das heißt wirkendes Sowohl direkt empfunden Als mittels der Sinne angeschaut Werden die Glieder nur im Gehirn Diesem zufolge kann man sagen Der Intellekt ist das sekundäre Phänomen Der Organismus das Primäre Nämlich die unmittelbare Erscheinung des Willens Der Wille ist metaphysisch Der Intellekt physisch Der Intellekt ist, wie seine Objekte, bloß Erscheinung Ding an sich ist allein der Wille So dann in einem mehr und mehr bildlichen Sinne Mit den Gleichnisweise Der Wille ist die Substanz des Menschen Der Intellekt das Akzidenz Der Wille ist die Materie Der Intellekt die Form Der Wille ist die Wärme Der Intellekt das Licht Diese Thesis wollen wir nun zunächst durch folgende Dem inneren Leben des Menschen angehörende Tatsachen dokumentieren Und zugleich erläutern Bei welcher Gelegenheit für die Kenntnis des inneren Menschen Vielleicht mehr abfallen wird Als in vielen systematischen Psychologien zu finden ist Erstens Nicht nur das Bewusstsein von anderen Dingen Das heißt die Wahrnehmung der Außenwelt Sondern auch das Selbstbewusstsein enthält Wie schon oben erwähnt Ein Erkennendes und ein Erkanntes Sonst wäre es kein Bewusstsein Denn Bewusstsein besteht im Erkennen Aber dazu gehört ein Erkennendes und ein Erkanntes Daher auch das Selbstbewusstsein Nicht statt haben könnte Wenn nicht auch in ihm Dem Erkennenden gegenüber Ein davon Verschiedenes Erkanntes wäre Wie nämlich kein Objekt ohne Subjekt sein kann So auch kein Subjekt ohne Objekt Das heißt kein Erkennendes Ohne ein von ihm Verschiedenes Welches erkannt wird Daher ist ein Bewusstsein Welches durch und durch reine Intelligenz wäre Unmöglich Die Intelligenz gleicht der Sonne Welche den Raum nicht erleuchtet Wenn nicht ein Gegenstand da ist Von dem ihre Strahlen zurückgeworfen werden Das Erkennende Selbst kann Eben als solches nicht erkannt werden Sonst wäre es das Erkannte Eines anderen Erkennenden Als das Erkannte im Selbstbewusstsein Finden wir nun aber ausschließlich den Willen Denn nicht nur das Wollen und Beschließen Im engsten Sinne Sondern auch alles Streben Wünschen Wünschen Fliehen Hoffen Fürchten Lieben Hassen Kurz Alles, was das eigene Wohl und Wehe Lust und Unlust Unmittelbar ausmacht Ist offenbar nur Affektion des Willens Ist Regung Modifikation des Wollens und Nichtwollens Ist eben das, was Wenn es nach außen wirkt Sich als eigentlicher Willensakt darstellt Merkwürdig ist es, dass schon Augustinus dieses erkannt hat Nämlich im vierzehnten Buche Der Kivitate Dei Da redet er von den Affektionibus animi, welche er im vorhergehenden Buche unter vier Kategorien, und zwar Begierde, Furcht, Freude und Traurigkeit gebracht hat Und da sagt er Der Wille allerdings ist in ihnen allen enthalten Ja, sie alle sind nichts anderes als Willensregungen Denn was sind Begierde und Freude anderes als der Wille dem zuzustimmen, was wir wollen Und was sind Furcht und Traurigkeit anderes als der Wille dem nicht zuzustimmen, was wir nicht wollen Nun aber ist in aller Erkenntnis das Erkannte das Erste und Wesentliche Nicht das Erkennende Sofern jener das Urbild, dieses das Nachbild ist Daher muss auch im Selbstbewusstsein das Erkannte, mithin der Wille, das Erste und Ursprüngliche sein Das Erkennende hingegen nur das Sekundäre, das Hinzugekommene, der Spiegel Sie verhalten sich ungefähr wie der selbst leuchtende Körper zum Reflektierenden Oder auch wie die vibrierende Seite zum Resonanzboden Wo dann der also entstehende Ton das Bewusstsein wäre Als ein solches Sinnbild des Bewusstseins können wir auch die Pflanze betrachten Diese hat bekanntlich zwei Pole Wurzel und Krone Jene ins Finstere, Feuchte, Kalte Diese ins Helle, Trockene, Warme strebend So dann, als den Indifferenzpunkt bei der Pole Da, wo sie auseinander treten, hart am Boden den Wurzelstock Rhizoma Die Wurzel ist das Wesentliche Das Ursprüngliche Perenierende Dessen Absterben, das der Krone nach sich zieht Ist also das Primäre Die Krone hingegen ist das Ostensible Aber Entsprossene und Ohne dass die Wurzel stirbt Vergehende Also das Sekundäre Die Wurzel stellt den Willen Die Krone den Intellekt vor Und der Indifferenzpunkt beider Der Wurzelstock Wäre das Ich Welches als gemeinschaftlicher Endpunkt beiden angehört Dieses Ich Ist das pro tempore identische Subjekt Des Erkennens und Wollens Dessen Identität ich schon in meiner allerersten Abhandlung Über den Satz vom Grunde Und in meinem ersten philosophischen Erstaunen Das Wunder schlechthin genannt habe Es ist der zeitliche Anfangs- und Anknüpfungspunkt der gesamten Erscheinung Das heißt der Objektivation des Willens Es bedingt zwar die Erscheinung Aber ist auch durch sie bedingt Das hier aufgestellte Gleichnis lässt sich sogar bis auf die individuelle Beschaffenheit Der Menschen durchführen Wie nämlich eine große Krone nur einer großen Wurzel zu entspriesen pflegt So finden die größten intellektuellen Fähigkeiten sich nur bei heftigem leidenschaftlichem Willen Ein Genie von phlegmatischem Charakter und schwachen Leidenschaften Würde den Saft pflanzen Die bei ansehnlicher aus dickem Blättern bestehender Krone sehr kleine Wurzeln haben gleichen Wird jedoch nicht gefunden werden Dass Heftigkeit des Willens und Leidenschaftlichkeit des Charakters Eine Bedingung der erhöhten Intelligenz ist Stellt sich physiologisch dadurch dar Dass die Tätigkeit des Gehirns bedingt ist Durch die Bewegung Welche die großen, nach der Basis Cerebri laufenden Arterien Ihn mit jedem Pulsschlage mitteilen Daher ein energischer Herzschlag Ja sogar, nach Bichard, ein kurzer Hals Ein Erfordernis großer Gehirntätigkeit ist Wohl aber findet sich das Gegenteil des Obigen Heftige Begierden, leidenschaftlicher, ungestümer Charakter Bei schwachem Intellekt Das heißt, bei kleinem und übel konformiertem Gehirn In dicker Schale Eine so häufige als widrige Erscheinung Man könnte sie allenfalls den Runkelrüben vergleichen Zweitens Um nun aber das Bewusstsein nicht bloß bildlich zu beschreiben Sondern gründlich zu erkennen Haben wir zuvörderst aufzusuchen Was in jedem Bewusstsein sich auf gleiche Weise vorfindet Und daher Als das Gemeinsame und Konstante Auch das Wesentliche sein wird So dann werden wir betrachten Was ein Bewusstsein von dem anderen unterscheidet Welches demnach das Hinzugekommene und Sekundäre sein wird Das Bewusstsein ist uns schlechterdings nur als Eigenschaft animalischer Wesen bekannt Folglich dürfen, ja können wir es nicht anders, denn als animalisches Bewusstsein denken Sodass dieser Ausdruck schon tautologisch ist Was nun also in jedem tierischen Bewusstsein Auch dem Unvollkommensten und Schwächsten Sich stets vorfindet, ja, ihm zum Grunde liegt Ist das unmittelbare Innewerden eines Verlangens Und der wechselnden Befriedigung und Nichtbefriedigung desselben In sehr verschiedenen Graden Dies wissen wir gewissermaßen a priori Denn so wundersam verschieden auch die zahllosen Arten der Tiere sein mögen So fremd uns auch eine neue, noch nie gesehene Gestalt derselben entgegentritt So nehmen wir doch vorweg das Innerste ihres Wesens Mit Sicherheit als wohlbekannt, ja, uns völlig vertraut an Wir wissen nämlich, dass das Tier will Sogar auch, was es will Nämlich Dasein Wohlsein Leben Und Fortpflanzung Und indem wir hierin Identität mit uns völlig sicher voraussetzen Nehmen wir keinen Anstand, alle Willensaffektionen, die wir an uns selbst kennen Auch ihm unverändert beizulegen Und sprechen ohne Zaudern von seiner Begierde Abscheu Furcht Zorn Hass Liebe Freude Trauer Sehnsucht Na und so fort Sobald hingegen Phänomene der bloßen Erkenntnis zur Sprache kommen Geraten wir in Ungewissheit Dass das Tier begreife Denke Urteile Wisse Wagen wir nicht zu sagen Nur Vorstellungen überhaupt legen wir ihm sicher bei Weil ohne solche sein Wille nicht in jene obigen Bewegungen geraten könnte Aber hinsichtlich der bestimmten Erkenntnisweise der Tiere und der genauen Grenzen derselben In einer gegebenen Spezies Haben wir nur unbestimmte Begriffe und machen Konjekturen Daher auch unsere Verständigung mit ihnen oft schwierig ist Und nur infolge von Erfahrung und Übung künstlich zustande kommt Hier also liegen Unterschiede des Bewusstseins Hingegen ein Verlangen Begehren Wollen Oder Verabscheuen Fliehen Nichtwollen Ist jedem Bewusstsein eigen Der Mensch hat es mit dem Polypen gemein Dieses ist demnach das Wesentliche und die Basis jedes Bewusstseins Die Verschiedenheit der Äußerungen desselben In den verschiedenen Geschlechtern tierischer Wesen Beruht auf der verschiedenen Ausdehnung ihrer Erkenntnisphären Als worin die Motive jener Äußerungen liegen Alle Handlungen und Gebärden der Tiere Welche Bewegungen des Willens ausdrücken Verstehen wir unmittelbar aus unserem eigenen Wesen Daher wir Soweit Auf mannigfaltige Weise mit ihnen sympathisieren Hingegen die Kluft zwischen uns und ihnen entsteht einzig und allein Durch die Verschiedenheit des Intellekts Eine vielleicht nicht viel geringere als zwischen einem sehr klugen Tiere Und einem sehr beschränkten Menschen ist Liegt zwischen einem Dummkopf und einem Genie Daher auch hier die andererseits aus der Gleichheit der Neigungen und Affekte entspringende Und beide wieder assimilierende Ähnlichkeit zwischen ihnen Bisweilen überraschend hervortritt und Erstaunen erregt Diese Betrachtung macht deutlich Dass der Wille in allen tierischen Wesen das Primäre und Substantiale ist Der Intellekt hingegen ein sekundäres Hinzugekommenes Ja, ein bloßes Werkzeug zum Dienste des Ersteren Welches, nach den Erfordernissen dieses Dienstes Mehr oder weniger vollkommen und kompliziert ist Wie, den Zwecken des Willens einer Tierkartung gemäß Sie mit Huf, Klaue, Hand, Flügeln, Geweih oder Gebiss versehen auftritt So auch mit einem mehr oder weniger entwickelten Gehirn Dessen Funktion, die zu ihrem Bestand erforderliche Intelligenz ist Je komplizierter nämlich in der aufsteigenden Reihe der Tiere Die Organisation wird, desto vielfacher werden auch ihre Bedürfnisse Und desto mannigfaltiger und spezieller bestimmt die Objekte Welche zur Befriedigung derselben taugen Desto verschlungener und entfernter mithin die Wege zu diesen zu gelangen Welche jetzt alle erkannt und gefunden werden müssen In demselben Maße müssen daher auch die Vorstellungen des Tieres Vielseitiger, genauer, bestimmter und zusammenhängender Wie auch seine Aufmerksamkeit gespannter, anhaltender und erregbarer werden Folglich sein Intellekt entwickelter und vollkommener sein Demgemäß sehen wir das Organ der Intelligenz Also das Cerebralsystem samt den Sinneswerkzeugen Mit der Steigerung der Bedürfnisse und der Komplikation des Organismus Gleichen Schritt halten Und die Zunahme des vorstellenden Teils des Bewusstseins Im Gegensatz des Wollenden Sich körperlich darstellen Im immer größer werdenden Verhältnis des Gehirns überhaupt Zum übrigen Nervensystem Und so dann des großen Gehirns zum kleinen Da nach Flourant Ersteres die Werkstätte der Vorstellungen Letzteres der Lenker und Ordner der Bewegungen ist Der letzte Schritt, den die Natur in dieser Hinsicht getan hat Ist nun aber unverhältnismäßig groß Denn im Menschen erreicht nicht nur die bis hierher Allein vorhandene anschauende Vorstellungskraft Den höchsten Grad der Vollkommenheit Sondern die abstrakte Vorstellung Das Denken, das heißt die Vernunft Und mit ihr die Besonnenheit kommt hinzu Durch diese bedeutende Steigerung des Intellekts Also des sekundären Teils des Bewusstseins Er hält derselbe über dem Primären Jetzt sofern ein Übergewicht Als er fortan der vorwaltend Tätige wird Während nämlich beim Tiere Das unmittelbare Innewerden Seines befriedigten oder unbefriedigten Begehrens Bei weitem das Hauptsächliche seines Bewusstseins ausmacht Und zwar umso mehr je tiefer das Tier steht Sodass die untersten Tiere Nur durch die Zugabe einer dumpfen Vorstellung Sich von den Pflanzen unterscheiden So tritt beim Menschen das Gegenteil ein So heftig, selbst heftiger als die irgendeines Tieres Seine Begehrungen, als welche zu Leidenschaften anwachsen auch sind So bleibt dennoch sein Bewusstsein fortwährend und vorwaltend Mit Vorstellungen und Gedanken beschäftigt und erfüllt Ohne Zweifel hat hauptsächlich Wie könnten denn die Tiere Sogar die unteren Bei so äußerst geringer Erkenntnis Einen oft so unbezwinglich heftigen Willen zeigen Weil demnach jener Grundirrtum Der Philosophen gleichsam Das Akzidenz zu Substanz macht Führt er sie auf Abwege Aus denen nachher kein Herauslenken mehr ist Jenes beim Menschen nun also eintretende Relative Überwiegen des erkennenden Bewusstseins Über das Begehrende Mithin des sekundären Teils Über den Primären Kann in einzelnen, abnorm begünstigten Individuen So weit gehen, dass In den Zeitpunkten der höchsten Steigerung Der sekundäre oder erkennende Teil des Bewusstseins Sich vom Wollenden ganz ablöst Und für sich selbst in Freie Das heißt, vom Willen nicht angeregte Also ihm nicht mehr dienende Tätigkeit gerät Wodurch er rein objektiv Und zum klaren Spiegel der Welt wird Woraus dann die Konzeptionen des Genies hervorgehen Welche der Gegenstand unseres dritten Buches sind Drittens Wenn wir die Stufenreihe der Tiere abwärts durchlaufen Sehen wir den Intellekt immer schwächer und unvollkommener werden Aber keineswegs bemerken wir eine entsprechende Degradation des Willens Vielmehr behält dieser überall sein identisches Wesen Und zeigt sich als große Anhänglichkeit am Leben Sorge für Individuum und Gattung Egoismus und Rücksichtslosigkeit gegen alle anderen Nebst den hieraus entspringenden Affekten Selbst im kleinsten Insekt Ist der Wille vollkommen und ganz vorhanden Es will, was es will So entschieden und vollkommen wie der Mensch Der Unterschied liegt bloß in dem, was es will Das heißt in den Motiven Welche aber Sache des Intellekts sind Dieser freilich als sekundäres Und an körperliche Organe gebunden ist Hat unzählige Grade der Vollkommenheit Und ist überhaupt wesentlich beschränkt und unvollkommen Hingegen der Wille als ursprüngliches und Ding an sich Kann nie unvollkommen sein Sondern jeder Willensakt ist ganz, was er sein kann Vermöge der Einfachheit, die dem Willen als dem Ding an sich Dem Metaphysischen in der Erscheinung zukommt Lässt sein Wesen keine Grade zu Sondern ist stets ganz es selbst Bloß seine Erregung hat Grade Von der schwächsten Neigung bis zur Leidenschaft Und eben auch seine Erregbarkeit Also seine Heftigkeit Vom phlegmatischen bis zum cholerischen Temperament Der Intellekt hingegen hat nicht bloß Grade der Erregung Von der Schläfrigkeit bis zur Laune und Begeisterung Sondern auch Grade seines Wesens selbst Der Vollkommenheit desselben Welche demnach stufenweise steigt Vom niedrigsten, nur dumpf wahrnehmenden Tiere bis zum Menschen Und da wieder vom Dummkopf bis zum Genie Der Wille allein ist überall ganz er selbst Denn seine Funktion ist von der größten Einfachheit Sie besteht im Wollen und Nichtwollen Welches mit der größten Leichtigkeit Ohne Anstrengung vonstatten geht Und keiner Übung bedarf Während hingegen das Erkennen mannigfaltige Funktionen hat Und nie ganz ohne Anstrengung vor sich geht Als welcher es zum Fixieren der Aufmerksamkeit Und zum Deutlichmachen des Objekts Weiter aufwärts noch gar zum Denken und Überlegen bedarf Daher es auch großer Vervollkommnung Hält der Intellekt dem Willen ein einfaches Anschauliches vor So spricht dieser sofort sein Genehm oder Nichtgenehm darüber aus Und ebenso, wenn der Intellekt mühsam gegrübelt und abgewogen hat Um aus zahlreichen Datis, mittels schwieriger Kombinationen Endlich das Resultat herauszubringen Welches dem Interesse des Willens am meisten gemäß scheint Da hat dieser unterdessen müßig geruht Und tritt nach erlangtem Resultat herein Wie der Sultan in den Divan Um wieder nur sein eintöniges Genehm oder Nichtgenehm auszusprechen Welches zwar dem Gerade nach Verschieden ausfallen kann Dem Wesen nach stets dasselbe bleibt Diese grundverschiedene Natur des Willens und des Intellekts Die jenem wesentliche Einfachheit und Ursprünglichkeit Im Gegensatz der komplizierten und sekundären Beschaffenheit dieses Wird uns noch deutlicher Wenn wir ihr sonderbares Wechselspiel in unserem Inneren beobachten Und nun im Einzelnen zusehen Wie die Bilder und Gedanken, welche im Intellekt aufsteigen Den Willen in Bewegung setzen Und wie ganz gesondert und verschieden die Rollen beider sind Dies können wir nun zwar schon wahrnehmen Bei wirklichen Begebenheiten, die den Willen lebhaft erregen Während sie zunächst und an sich selbst Bloß Gegenstände des Intellekts sind Allein teils ist es hierbei nicht so augenfällig Dass auch diese Wirklichkeit als solche zunächst Nur im Intellekt vorhanden ist Teils geht der Wechsel dabei meistens nicht so rasch vor sich Wie es nötig ist Wenn die Sache leicht übersehbar und dadurch recht fasslich werden soll Beides ist hingegen der Fall Wenn es bloße Gedanken und Fantasien sind Die wir auf den Willen einwirken lassen Wenn wir zum Beispiel Mit uns selbst allein Unsere persönlichen Angelegenheiten überdenken Und nun etwa das Drohende einer wirklich vorhandenen Gefahr Und die Möglichkeit eines unglücklichen Ausgangs Uns lebhaft vergegenwärtigen So presst alsbald Angst das Herz zusammen Und das Blut stockt in den Adern Geht dann aber der Intellekt zur Möglichkeit Des entgegengesetzten Ausgangs über Und lässt die Fantasie das lang gehoffte Dadurch erreichte Glück ausmalen So geraten alsbald alle Pulse in freudige Bewegung Und das Herz fühlt sich federleicht Bis der Intellekt aus seinem Traum erwacht Darauf nun führe Edmund Irgendein Anlass die Erinnerung an eine längst einmal erlittene Beleidigung Oder Beeinträchtigung herbei Sogleich durchstürmt Zorn und Groll Die eben noch ruhige Brust Dann aber steige Zufällig angeregt Das Bild einer längst verlorenen Geliebten auf An welches sich der ganze Roman mit seinen Zauberszenen knüpft Da wird alsbald jener Zorn der tiefen Sehnsucht und Wehmut Platz machen Endlich falle uns noch irgendein ehemaliger beschämender Vorfall ein Wir schrumpfen zusammen Möchten versinken Die Schamröte steigt auf Und wir suchen oft durch irgendeine laute Äußerung Uns gewaltsam davon abzulenken und zu zerstreuen Gleichsam die bösen Geister verscheuchend Man sieht Der Intellekt spielt auf Und der Wille muss dazu tanzen Ja Jener lässt ihn die Rolle eines Kindes spielen Welches von seiner Wärterin durch Vorschwätzen und Erzählen Abwechselnd erfreulicher und trauriger Dinge Beliebig in die verschiedensten Stimmungen versetzt wird Dies beruht darauf Dass der Wille an sich erkenntnislos Der ihm zugesellte Verstand aber Willenlos ist Daher verhält sich jener wie ein Körper, welcher bewegt wird Dieser wie die ihn in Bewegung setzenden Ursachen Denn er ist das Medium der Motive Bei dem allen jedoch wird das Primat des Willens wieder deutlich Wenn dieser dem Intellekt Dessen Spiel er wie gezeigt Sobald er ihn walten lässt wird Einmal seine Oberherrschaft in letzter Instanz fühlbar macht Indem er ihm gewisse Vorstellungen verbietet Gewisse Gedankenreihen gar nicht aufkommen lässt Weil er weiß Das heißt Von eben demselben Intellekt erfährt Dass sie ihn in irgendeine der oben dargestellten Bewegungen versetzen würden Er zügelt jetzt den Intellekt Und zwingt ihn, sich auf andere Dinge zu richten So schwer dies oft sein mag Muss es doch gelingen, sobald es dem Willen ernst damit ist Denn das Widerstreben dabei geht nicht vom Intellekt aus Als welcher stets gleichgültig bleibt Sondern vom Willen selbst Der zu einer Vorstellung, die in einer Hinsicht verabscheut In anderer Hinsicht eine Neigung hat Sie ist ihm nämlich an sich interessant Eben weil sie ihn bewegt Aber zugleich sagt ihm die abstrakte Erkenntnis Dass sie ihn zwecklos in qualvolle oder unwürdige Erschütterung versetzen wird Dieser Letztern erkenntnisgemäß entscheidet er sich jetzt Und zwingt den Intellekt zum Gehorsam Man nennt dies Herr über sich sein Offenbar ist hier der Herr der Wille Der Diener der Intellekt Da jener in letzter Instanz stets das Regiment behält Mithin den eigentlichen Kern Das Wesen an sich des Menschen ausmacht In dieser Hinsicht würde der Titel Das leitende Prinzip Dem Willen gebühren Jedoch scheint derselbe wiederum dem Intellekt zuzukommen Sofern dieser der Leiter und Führer ist Wie der Lohnbediente Der vor dem Fremden hergeht In Wahrheit aber ist das treffendste Gleichnis Für das Verhältnis beider Der starke Blinde Der den sehenden Gelähmten auf den Schultern trägt Das hier dargelegte Verhältnis des Willens zum Intellekt Ist ferner auch darin zu erkennen Dass der Intellekt dem Beschlüssen des Willens ursprünglich ganz fremd ist Er liefert ihm die Motive Aber wie sie gewirkt haben Erfährt er erst hinterher Völlig a posteriori Wie wer ein chemisches Experiment macht Die Reagenzien heranbringt Und dann den Erfolg abwartet Ja Der Intellekt bleibt von den eigentlichen Entscheidungen Und geheimen Beschlüssen des eigenen Willens So sehr ausgeschlossen Dass er sie bisweilen Wie die eines Fremden Nur durch Belauschen und Überraschen erfahren kann Und ihn auf der Tat Seine Äußerung ertappen muss Um nur hinter seine wahren Absichten zu kommen Zum Beispiel Ich habe einem Plan entworfen Dem aber bei mir selbst noch ein Skrupel entgegensteht Und dessen Ausführbarkeit andererseits Ihrer Möglichkeit nach Völlig ungewiss ist Indem sie von äußern Noch unentschiedenen Umständen abhängt Daher es vor der Hand jedenfalls unnötig wäre Darüber einen Entschluss zu fassen Weshalb ich die Sache für jetzt Auf sich beruhen lasse Da weiß ich nun oft nicht Wie fest ich schon mit jenem Plan Im Geheimen verbrüdert bin Und wie sehr ich Trotz dem Skrupel Seine Ausführung wünsche Das heißt Mein Intellekt weiß es nicht Aber jetzt komme nur Eine der Ausführbarkeit günstige Nachricht Sogleich steigt in meinem Inneren Eine jubelnde, unaufhaltsame Freudigkeit auf Die sich über mein ganzes Wesen verbreitet Und es in dauerndem Besitz nimmt Zu meinem eigenen Erstaunen Denn jetzt erst erfährt mein Intellekt Wie fest bereits mein Wille jenem Plan ergriffen hatte Und wie gänzlich dieser ihm gemäß war Während der Intellekt ihn auch für ganz problematisch Und jenem Skrupel schwerlich gewachsen gehalten hatte Oder in einem anderen Fall Ich bin mit großem Eifer Eine gegenseitige Verbindung eingegangen Die ich meinen Wünschen sehr angemessen glaubte Wie nun beim Fortgang der Sache Die Nachteile und Beschwerden fühlbar werden Werfe ich mich auf den Verdacht Dass ich, was ich so eifrig betrieben Wohlgabe Reue Jedoch reinige ich mich davon Indem ich mir die Versicherung gebe Dass ich, auch ungebunden Auf demselben Wege fortfahren würde Jetzt aber löst sich unerwartet Die Verbindlichkeit von der anderen Seite auf Und mit Erstaunen nehme ich wahr Dass dies zu meiner großen Freude Und Erleichterung geschieht Oft wissen wir nicht Was wir wünschen oder was wir fürchten Wir können jahrelang einen Wunsch hegen Ohne ihn uns einzugestehen Oder auch nur zum Bewusstsein kommen zu lassen Weil der Intellekt nichts davon erfahren soll Indem die gute Meinung Welche wir von uns selbst haben Dabei zu leiden hätte Wird er aber erfüllt So erfahren wir an unserer Freude Nicht ohne Beschämung Dass wir dies gewünscht haben Zum Beispiel den Tod Eines nahen Anverwandten Den wir beerben Und was wir eigentlich fürchten Wissen wir bisweilen auch nicht Weil uns der Mut fehlt Es uns zum klaren Bewusstsein zu bringen Sogar sind wir oft Über das eigentliche Motiv Aus dem wir etwas tun oder unterlassen Ganz im Irrtum Bis etwa endlich ein Zufall Uns das Geheimnis aufdeckt Und wir erkennen Das, was wir für das Motiv gehalten Es nicht war Sondern ein anderes Welches wir uns nicht Hatten eingestehen wollen Weil es der guten Meinung Die wir von uns selbst hegen Keineswegs entspricht Zum Beispiel Wir unterlassen etwas Aus rein moralischen Gründen Wie wir glauben Erfahren jedoch hinterher Dass bloß die Furcht uns abhielt Indem wir es tun Sobald alle Gefahr beseitigt ist In einzelnen Fällen Kann es hiermit so weit gehen Dass ein Mensch Das eigentliche Motiv Seiner Handlung Nicht einmal mutmaßt Ja Durch ein solches Bewogen zu werden Sich nicht für fähig hält Dennoch Ist es das eigentliche Motiv Seiner Handlung Beiläufig haben wir An allen diesen Eine Bestätigung Und Erläuterung Der Regel Des La Rochefoucault Die Eigenliebe Ist gewandter Als der gewandteste Weltmann Ja Sogar einen Kommentar Zum sokratischen Erkenne dich selbst Und dessen Schwierigkeit Wenn nun hingegen Wie alle Philosophen wähnten Der Intellekt Unser eigentliches Wesen ausmachte Und die Willensbeschlüsse Ein bloßes Ergebnis Der Erkenntnis wären So müsste für unseren Moralischen Wert Gerade nur das Mut Motiv, aus welchem Wir zu handeln wähnen Entscheidend sein Auf analoge Art Wie die Absicht Nicht der Erfolg Hierin entscheidend ist Eigentlich aber Wäre als dann Der Unterschied Zwischen gewähntem Und wirklichem Motiv Unmöglich Alle hier dargestellten Fälle also Dazu jeder aufmerksame Analoge An sich selbst Beobachten kann Lassen uns sehen Wie der Intellekt Dem Willen so fremd ist Dass er von diesem Bisweilen sogar Mystifiziert wird Gefasst haben Der als solcher Doch eigentlich nur Ein vom Willen Dem Intellekt Gegebenes Versprechen Ist So bleibt oft In unserem Inneren Ein leiser Nicht eingestandener Zweifel Ob es auch ganz Ernstlich damit Gemeint sei Ob wir auch Bei der Ausführung Nicht wanken Oder zurückweichen Sondern Festigkeit Und Beharrlichkeit Genug haben Werden es zu vollbringen Es bedarf Es bedarf daher Der Tat Um uns selbst Von der Aufrichtigkeit Des Entschlusses Zu überzeugen Alle diese Tatsachen Bezeugen die gänzliche Verschiedenheit Des Willens Vom Intellekt Das Primat Des Ersteren Und die Untergeordnete Stellung Des Letzteren Viertens Der Intellekt Ermüdet Der Wille Ist unermüdlich Nach anhaltender Kopfarbeit Fühlt man die Ermüdung des Gehirns Wie die des Arms Nach anhaltender Körperarbeit Alles Erkennen Ist mit Anstrengung Verknüpft Wollen hingegen Ist unser Selbsteigenes Wesen Dessen Äußerungen Ohne alle Mühe Und völlig von selbst Vor sich gehen Daher Wenn unser Wille Stark aufgeregt ist Wie in allen Affekten Also im Zorn Furcht Begierde Betrübnis Und so weiter Und man fordert uns Jetzt zum Erkennen Etwan in der Absicht Der Berichtigung Der Motive Jener Affekte auf So bezeugt Die Gewalt Die wir uns Dazu antun müssen Den Übergang Aus der ursprünglichen Natürlichen Und selbsteigenen In die abgeleitete Mittelbare Und erzwungene Tätigkeit Denn der Wille Allein ist Selbstbewegend Und daher Unermüdlich Und nicht Alternd In alle Ewigkeit Er allein Ist unaufgefordert Daher oft zu früh Und zu sehr tätig Und kennt Kein Ermüden Säuglinge Die kaum die erste Schwache Spur Von Intelligenz Zeigen Sind schon voller Eigenwillen Durch unbändiges Zweckloses Toben und Schreien Zeigen sie den Willensdrang Von dem sie Strotzen Während ihr Wollen noch Kein Objekt hat Das heißt Sie wollen Ohne zu wissen Was sie wollen Hierher gehört auch Was Cabanes Bemerkt Alle diese Leidenschaften Welche so rasch Aufeinander folgen Malen sich mit So viel Offenherzigkeit Auf dem Beweglichen Angesicht Der Kinder Während die Schwachen Muskeln Ihre Arme Und Beine Noch kaum Imstande sind Einige Unbestimmte Bewegungen Auszuführen Wird von den Gesichtsmuskeln Durch bestimmte Bewegungen Schon fast Die ganze Reihe Der allgemeinen Affekte Ausgedrückt Welche der Menschen Natur Eigen sind Und der Aufmerksame Beobachter Erkennt mit Leichtigkeit In diesem Bilde Die charakteristischen Züge Des künftigen Mannes Der Intellekt Hingegen Entwickelt sich Langsam Der Vollendung Des Gehirns Und der Reife Des ganzen Organismus Folgend Welche Seine Bedingungen Sind Eben Weil er Nur eine Somatische Funktion Ist Weil das Gehirn Schon mit dem Siebenten Jahre Seine Volle Größe Erlangt Hat Werden Die Kinder Von dem An So Auffallend Intelligent Wissbegierig Und Vernünftig Danach Aber Kommt Die Pubertät Sie Erteilt Dem Gehirn Gewissermaßen Einen Widerhalt Oder Einen Resonanz Boden Und Hebt Mit Einem Male Den Intellekt Um Eine Große Stufe Gleichsam Um Eine Oktave Entsprechend Ihrem Herabsetzen Der Stimme Um Eine Seuche Aber Sein Geschäft Eilt Dieses Nämlich Ist Das Rein Aktive Und Exekutive Welches Erst Eintreten Soll Nachdem Das Explorative Und Deliberative Also Das Erkennende Sein Geschäft Völlig Und Ganz Beendigt Hat Aber Selten Wird Diese Zeit Wirklich Abgewartet Kaum Sind Über Die Vorliegenden Umstände Oder Die Eingetretene Begebenheit Oder Die Mitgeteilte Fremde Meinung Einige Wenige Data Von Der Erkenntnis Obenhin Aufgefasst Und Flüchtig Zusammengerafft So Tritt Schon Aus Der Tiefe Des Gemüts Der Stets Bereite Und Nie Müde Wille Unaufgefordert Hervor Und Zeigt Sich Als Schreck Furcht Hoffnung Freude Begierde Neid Betrübnis Eifer Zorn Wut Und Treibt Zu Raschen Worten Oder Taten Auf Welche Meistens Reue Folgt Nachdem Die Zeit Gelehrt Hat Dass Das Hegemonikon Der Intellekt Mit Seinem Geschäft Des Auffassens Der Umstände Überlegens Ihres Zusammenhanges Und Beschließens Des Ratsamen Nicht Hat Auch Nur Halb Zu Ende Komm Können Weil Der Wille Es Nicht Abwartete Sondern Lange Vor Seiner Zeit Vorsprang Mit Jetzt Ist Die Reihe An Mir Und Sofort Die Aktive Ergriff Ohne Dass Der Intellekt Widerstand Leistete Als Welcher Ein Bloßer Sklave Und Leibeigener Des Willens Nicht Aber Wie Dieser Selbst Bewegend Noch Aus Eigener Kraft Und eigenen Daher Er Vom Willen Leicht Beiseite Geschoben Und Durch Einen Wink Desselben Zur Ruhe Gebracht Wird Während Er Seinerseits Mit Der Äußersten Anstrengung Kaum Vermag Den Willen Auch Nur Zu Einer Kurzen Pause Zu Bringen Um Zum Worte Zu Kommen Dieser Halb Sind Die Leute So Selten Und Werden Fast Nur Unter Spaniern Türken Und Allemfalls Engländern Gefunden Welche Auch Unter Dem Provozierendsten Umständen Den Kopf Oben Behalten Die Auffassung Und Untersuchung Der Sachlage Imperturbiert Fortsetzen Und Wo Andere Schon Außer Sich Wären Con Mucho Sosiego Eine Fernere Frage Tun Welches Etwas Ganz Anderes Ist Als Die Auf Fleckma Und Stumpfheit Beruhende Gelassenheit Vieler Deutschen Nordholländer Eine Unübertreffliche Veranschaulichung Der Belobten Eigenschaft Pflegte Ifland Zu Geben Als Hedmann Der Kosaken Im Benjowski Wann Die Verschworenen Ihn In Ihr Zelt Gelockt Haben Und Nun Ihm Eine Büchse Vor Den Kopf Halten Mit Dem Bedeuten Sie Würde Abgedrückt Sobald Er Einen Schreit Hätte Ifland Blies In Die Mündung Der Büchse Um Zu Erproben Ob Sie Auch Geladen Sei Von Zehn Dingen Die Uns Ärgern Würden Neun Es Nicht Vermögen Wenn Wir Sie Recht Gründlich Aus Ihren Ursachen Verständen Und Daher Ihre Notwendigkeit Und Wahre Beschaffenheit Erkennten Dies Aber Würden Wir Viel Öfter Wenn Wir Sie Früher Zum Gegenstand Der Überlegung Als Des Eifers Und Verdrusses Machten Denn Was Für Ein Unbändiges Ross Zügel Und Gebiss Ist Das Ist Für Den Willen Im Menschen Der Intellekt An Diesen Zügel Muss Er Gelenkt Werden Mittels Belehrung Ermahnung Bildung Und So Weiter Da Er An Sich Selbst Ein So Wilder Ungestümernd Rang Ist Wie Die Kraft Die Im Herabstürzenden Wasserfall Erscheint Ja Wie Wir Wissen Im Tiefsten Grunde Identisch Mit Dieser Im Welche Nach Wegnahme Der Ihm Beherrscht Lenkt Zur Anstrengung Aufmuntert Kurz Ihm Die Tätigkeit Verleiht Die Ihm Ursprünglich Nicht Einwohnt Daher Ruht Er Willig Sobald Es Ihm Gestattet Wird Bezeugt Sich Oft Als Träge Und Unaufgelegt Zur Tätigkeit Durch Fortgesetzte Anstrengung Ermüdet Er Bis Zur Gänzlichen Abstumpfung Wird Erschöpft Wie Die Voltage Säule Durch Wiederholte Schläge Darum Erfordert Jede Anhaltende Geistesarbeit Pausen Und Ruhe Sonst Erfolgt Stumpfheit Und Unfähigkeit Freilich Zunächst Nur Einst Weilige Wird Aber Diese Ruhe Dem Intellekt Anhaltend Versagt Wird Er Übermäßig Und Unausgesetzt Angespannt So Ist Die Folge Eine Bleibende Abstumpfung Desselben Welche Im Alter Übergehen Kann In Gänzliche Unfähigkeit In Kindisch Werden Im Blödsinn Und Wahnsinn Nicht Dem Alter An Und Für Sich Sondern Der Lange Fortgesetzten Tyrannischen Überanstrengung Des Intellekts Oder Gehirns Ist Es Zuzuschreiben Wenn Diese Übel In Den Letzten Jahren Des Lebens Sich Einfinden Daraus Ist Es Zu Erklären Dass Swift Wahnsinnig Kant Kindisch Wurde Walter Scott Auch Wordsworth Southy Und Viele Geringere Geister Stumpf Und Unfähig Goethe Ist Bis An Sein Ende Klar Geistes Kräftig Und Geistestätig Geblieben Weil Weil Der Stets Welt Und Hofmann War Niemals Seine Geistigen Beschäftigungen Mit Selbst Zwang Getrieben Hat Dasselbe gilt Von Wieland Und Dem 91 Jährigen Knebel Wie Auch Von Voltaire die Körper ihrem Stoß und mit welchem er im Alter verwelkt und versiegt. Der Wille hingegen als das Ding an sich ist nie träge, absolut unermüdlich. Seine Tätigkeit ist seine Essenz. Er hört nie auf zu wollen. Und wann er während des tiefen Schlafs vom Intellekt verlassen ist und da er nicht auf Motive nach außen wirken kann, ist er als Lebenskraft tätig, besorgt desto ungestörter die innere Ökonomie des Organismus und bringt auch als Heilkraft der Natur die eingeschlichenen Unregelmäßigkeiten desselben wieder in Ordnung. Denn er ist nicht wie der Intellekt eine Funktion des Leibes, sondern der Leib ist seine Funktion. Daher ist er diesem in der Ordnung der Dinge vorgängig, als dessen metaphysisches Substrat, als das an sich der Erscheinung desselben. Seine Unermüdlichkeit teilt er auf die Dauer des Lebens dem Herzen mit, diesem Primum mobile des Organismus, welches deshalb sein Symbol und Synonym geworden ist. Auch schwindet er nicht im Alter, sondern will noch immer, was er gewollt hat. Ja, wird fester und unbiegsamer, als er in der Jugend gewesen. Unversöhnlicher, eigensinniger, unlenksamer, weil der Intellekt unempfänglicher geworden ist. Daher dann nur durch Benutzung der Schwäche dieses ihm allenfalls beizukommen ist. Auch die durchgängige Schwäche und Unvollkommenheit des Intellekts, wie sie in der Urteilslosigkeit, Beschränktheit, Verkehrtheit und Torheit der allermeisten Menschen zutage liegt, wäre ganz unerklärlich, wenn der Intellekt nicht ein sekundäres, hinzugekommenes, bloß Instrumentales, sondern das unmittelbare und ursprüngliche Wesen der sogenannten Seele oder überhaupt des inneren Menschen wäre, wie alle bisherigen Philosophen es ja angenommen haben. Denn wie sollte das ursprüngliche Wesen in seiner unmittelbaren und eigentümlichen Funktion so häufig irren und fehlen? Das wirklich Ursprüngliche im menschlichen Bewusstsein, das Wollen, geht eben auch allemal vollkommen vonstatten. Jedes Wesen will unablässig, tüchtig und entschieden. Das Unmoralische im Willen als eine Unvollkommenheit desselben anzusehen, wäre ein grundfalscher Gesichtspunkt. Vielmehr hat die Moralität eine Quelle, welche eigentlich schon über die Natur hinausliegt. Daher sie mit den Aussagen derselben in Widerspruch steht. Darum eben tritt sie dem natürlichen Willen, als welcher an sich schlechthin egoistisch ist, geradezu entgegen. Ja, die Fortsetzung ihres Weges führt zur Aufhebung desselben. Hierüber verweise ich auf unser viertes Buch und auf meine Preisschrift. Über das Fundament der Moral. Kapitel 19, Teil 1 in Nutsche Der Wille macht das innere, wahre und unzerstörbare Wesen des Menschen aus. An sich selbst aber ist er bewusstlos. Er ist metaphysisch, im Gegensatz zum Intellekt, der physisch ist. Gebunden am Organismus ist der Wille das primäre Phänomen, im Gegensatz zum Intellekt, der das sekundäre Phänomen ist. Der Wille ist das Ding an sich, im Gegensatz zum Intellekt, der, wie seine Objekte, bloß Erscheinung ist. Der Wille ist unermüdlich, während der Intellekt ermüdet. Wie nun aber wird der Wille erkannt? Schopenhauers Antwort darauf? Über das Selbstbewusstsein. Denn wie das Bewusstsein enthält auch das Selbstbewusstsein ein Erkennendes und ein Erkanntes. Und das Erkannte des Selbstbewusstseins ist ausschließlich der Wille. Daher liegt jedem tierischen Bewusstsein das unmittelbare Innewerden eines Verlangens und der wechselnden Befriedigung und Nichtbefriedigung desselben inne. Jedem Bewusstsein ist somit ein Verlangen, ein Begehren, ein Wollen, wie auch ein Verabscheuen, ein Fliehen oder ein Nichtwollen eigen. Dies hat der Mensch auch mit dem Polypen gemein. Das, was uns Menschen vom Polypen hingegen unterscheidet, ist der Intellekt. Im Menschen nämlich erreicht die anschauende Vorstellungskraft den höchsten Grad der Vollkommenheit. Aber nicht nur das. Es kommt auch noch die abstrakte Vorstellung, das Denken, sprich die Vernunft und mit ihr die Besonnenheit hinzu. Diese Steigerung des Intellekts im Menschen geht so weit, dass er als sekundärer Teil gegenüber dem Willen als dem primären Teil ins Übergewicht kommt, sodass der Mensch trotz seines Willens fortlaufend mit Vorstellungen und Gedanken beschäftigt ist. Während der Intellekt also in unterschiedlichen Gattungsformen der Tiere auch unterschiedlich stark ausgeprägt ist, ist der Wille in allen Tieren identisch. Daraus folgt auch, dass der Intellekt beschränkt und unvollkommen ist. Dagegen jeder Willensakt immer ganz und gar das ist, was er sein kann. Nun stehen Wille und Intellekt in einem Wechselspiel miteinander. So liefert der Wille dem Intellekt die Motive. Aber wie diese Motive gewirkt haben, erfährt der Intellekt erst hinterher, also a posteriori. So kommt es, dass wir oft nicht wissen, was wir wünschen oder was wir fürchten.